Tja, der Geschäftsklimaindex des IFO-Institutes ist im Juli, ich habe es schon zu Beginn der Sendung gesagt, deutlich abgesagt. Und das wollen wir uns nochmal ein bisschen ganz genau anschauen. Auf diesem Ausschnitt aus der Grafik der IFO-Geschäftsklimaindex, der setzt sich nämlich aus zwei verschiedenen Faktoren zusammen. Einmal, wie geht es gerade momentan den Unternehmen, grau dargestellt, da sieht man einen leichter Rückgang. Aber unten noch die dritte Grafik, die dritte Kurve, blau dargestellt, das ist die Kurve der Erwartungen in den nächsten sechs Monaten. Und da gibt es richtig Probleme, da gibt es richtig schlechte Aussichten, eine richtig pessimistische Stimmung in der deutschen Wirtschaft. Und darüber möchte ich jetzt sprechen mit dem Chef des IFO-Institutes, Clemens Fust. Wenn wir uns diese Grafiken anschauen, einmal gegenwärtige Lage, geht ein bisschen nach unten, dann aber die Erwartungen in den nächsten sechs Monaten. Da muss doch einem richtig Angst und Bange werden. Naja, ich denke, man muss kühlen Kopf bewahren, aber es ist richtig, die Aussichten sind nicht gut. Die Unternehmen machen sich Sorgen und das hat eben damit zu tun, dass möglicherweise die Gaslieferungen ausfallen. Jetzt fließt ja wieder Gas durch Nord Stream 1, aber eben nur recht wenig. Es ist allerdings nicht nur die Aussicht auf Gaslieferungsausfälle, es sind auch die hohen Energiepreise, die den Unternehmen Sorgen machen. Denn vorübergehend kann man so einen Preisanstieg mal aushalten, aber wenn das dauerhaft auf dem Niveau bleibt, dann wird es eben für viele Geschäftsmodelle einfach schwierig. Und viele Unternehmen überlegen sich, ob sich das eigentlich lohnt, so weiterzumachen. Sie unterscheiden es ja zwischen verschiedenen Segmenten. Das ist einmal Industrie, dann Handel, Dienstleistung und Bauen. Und wenn man sich mal die Grafiken im Detail anguckt, es geht eigentlich in allen Bereichen richtig kräftig nach unten. Ja, absolut. Wirkliche Lichtblicke gibt es da nicht. Es ist ja sonst häufiger so, dass es zum Beispiel der Industrie gut geht und den Dienstleistern nicht so. Das war in der Corona-Krise der Fall, aber derzeit geht es eigentlich überall nach unten. Bei den Dienstleistern hatten wir ja über den Sommer eigentlich noch ganz gute Stimmung. Vor allem in den von der Corona-Krise betroffenen, besonders betroffenen Bereichen Reisung, Gastronomie. Da war die Stimmung gut, da laufen die Geschäfte derzeit auch noch gut. Aber auch da wachsen die Sorgen, nicht nur vor einem Gasembargo, sondern natürlich auch vor einer Rückkehr der Corona-Krise. Das sind ja die Auswirkungen in den nächsten sechs Monaten möglicherweise dann ja deutlich zu spüren von dieser pessimistischen Grundstimmung in der Wirtschaft. Was soll man denn dagegen tun? Sie haben zum Beispiel gesagt, den Zinsschritt der EZB, die Zinsen um 0,5 Prozent anzuheben, begrüßen Sie. Aber das macht doch Investitionen teurer, das macht doch das Aufnehmen von Krediten teurer und das macht auch das Kaufen teurer. Das verdirbt uns doch dann erst richtig die Laune. Ja, das Investieren ist schon teurer geworden. Die Märkte haben das im Grunde schon vorweggenommen. Hypotheken, Zinsen haben sich ja fast verdreifacht. Also die EZB vollzieht das hier nur nach und dass die EZB handelt, das war ganz wichtig, weil wir eine Verfestigung der Inflation verhindern müssen. Inflation breitet sich ja gewissermaßen aus wie ein Ölfleck. Also erst sind es nur die Energiepreise. Dann sagen viele, naja, wenn die Energie teurer wird, dann möchte ich auch höhere Löhne haben oder dann erhöhe ich meine Absatzpreise. Und so breitet sich die Inflation aus. Insofern ist es sehr positiv, dass die EZB gesagt hat, wir bekämpfen die Inflation entschlossen. Aber das schmerzt natürlich besonders in einer Situation, in der man keinen Boom hat, der normalerweise Inflation hervorbringt, sondern eine Angebotsverknappung, also Stagflation, wie wir es im Moment haben, da schmerzt sowas besonders. Aber es führt keinen Weg darum herum, denn die Verlangsamung der Konjunktur hat ja auch damit zu tun, dass viele Produkte sich derzeit verteuern. Dagegen muss die EZB vorgehen. Ich möchte Sie nochmal als Wirtschaftsforscher fragen. Es wird ja momentan viel darüber geredet, wie man Haushalten bei den teuren Energierechnungen, bei den teuren Gasrechnungen helfen kann. Wird denn auf der anderen Seite auch genug darüber geredet und getan, wie wir der Wirtschaft helfen? Ja, es geht zunächst mal nicht so sehr ums Helfen, sondern es geht erstmal darum, dass man die höheren Preise auch weitergibt. Das schmerzt natürlich nochmal zusätzlich in der Industrie, sind die vielfach schon angekommen, aber bei den privaten Haushalten häufig noch nicht, weil dort längerfristige Verträge vor Preiserhöhungen schützen. Es ist jetzt besonders unangenehm, diese Preise weiter zu erhöhen, aber Gas ist nun mal knapp und bei Gas brauchen wir diese Preissignale an die Haushalte, damit Gas eingespart wird. Und insofern muss man hier erstmal noch mit zusätzlichen Belastungen rechnen. Die Politik kann dann nicht alle Haushalte entlasten, aber vulnerable Haushalte, also Menschen mit niedrigeren Einkommen, da sollte die Politik helfen durch erhöhte Transfers. Und das wird derzeit ja auch diskutiert. Der IFO-Geschäftsklimaindex sackt im Juli deutlich ab. Das war Clemens Fuss, Präsident des IFO-Institutes. Herzlichen Dank für Ihre Einschätzung. Ich danke Ihnen.